ARD Text im Auftrag von Funk Ich kann das Alphabet überhaupt gar nicht Wir leeren Sand in meiner Hand, was man mir nur genannt selbst spürt Sex mit mir ist eine körperliche Auseinandersetzung Pierre Grimbert Oder Pierre Grimbert oder vom Pierre heim Nicht Harry Oh Gott, bitte nicht, der kann doch nichts Oh Gott, wir werden alle sterben Wow, ich möchte ihre Haare anfassen Was ist aus Pokémon geworden? Das werde ich dann bald lesen Yay, nicht Ich weiß noch nicht, wofür ich sie brauche Aber sie haben nur 50 Cent gekostet Oh, oh, oh Was soll das für ein Buch sein? Und Piccadilly ging mit Frederic nach Hause Man kann nie genug Star Wars haben So weit kommt es noch Du kleiner Scheuze interagieren Es ist immer alles woanders Ich finde nie etwas wieder Ach hier, nicht auf die Uhr Aber es fühlt sich so mega geil an Das war natürlich geplant Das mit dem Verbinden ging auch mal besser Oh Gott Ernsthaft Der Roman zum Anime Nur, dass es den Anime halt nicht gibt Totale Blasphemie Es ist 1996 Meine Freundin ist weg und freundet sich in der Südsee Anton Dessant Exupery Oder so ähnlich Warum fressen die mich? Ein Buch, das du nie gelesen hast Das habe ich gelesen Richtigen Göttern gegen richtige Drachen Genau mein Ding Scheiße 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 Das wäre mir doch als Fliege viel zu blöd Und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für sie Indem die Schwerter glänzend sind und die Schrift so glänzend Alter, die wollten alle Pokémon klauen Das war gemein und die haben den Flaggmonst die Roten abgeschnitten Aber das waren noch richtige Bösewichte Nie, nie im Leben Denken wir mal an Italien Gott ist es Auch nö Das ist mein Leben Und das geht euch nichts an Glatt Und hier ist rau The Dark Side of the Moon Fantasy, Komödie, Science Fiction, Horror Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott So dumm Sie ist einfach dumm Das ist so dumm Und so dumm Und sie ist generell dumm Und sie ist dumm Dumm und fach Dumm Meine Zeit, sie kommt Einmal Guck mal, was ist das Dinosaurier? Nein, Schari Schari, nein, du bist ein Mädchen Du bist ein Mädchen, du brauchst dieses Buch Dieses, du bist ein Mädchen, nein, für kleine Jungs gibt es das nur Das gibt es für Mädchen Was ist was? Was ist das? 2